Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Danke Leute. Boah. Dankeschön. Echt super, ey. Krass. Och, Kleid, ist bisschen Hände am Zittern jetzt. Einer fehlt. Vielleicht ist es aber auch nur, weil ich Hunger habe. Einer fehlt noch. Einer. Dann Pause. Essenspause. Ich brauche echt dringend was. Ja, ich wollte, äh, genau. Dezent. Keine Zeit zum Trübzellasen. Ist doch gut, oder? Ist doch gut. Ist doch schön. Was willst du denn jetzt eigentlich, du Schmierfink? Ja, geil. Verballer einfach. Na toll. Ich bin einfach weg. Schau. Wenn du mich jetzt anspuckst, ne? Ich spuck zurück. So. Aber ich habe ja gar kein Leben mehr. Wie soll ich das jetzt eigentlich schaffen? Ich gehe speichern. Wow. Was ein Falt, ey. Wow. War schon ordentlich. Alles klar. Dann. Jo, ey. Irgendwie nach oben, ne? Äh. Ja, das ist das Problem. Hä? Oha. So, Energieraketen. Alles wichtig. Ganz wichtig. Nee. So. Das ist ja der Teleportationsmodulator. Gebt mir auch deine Energie. Danke. Und dann einfach nur... Nein. Was war denn da oben jetzt? Bin ich da nicht hingekommen oder bin ich da nicht hingegangen? Jetzt einfach... Da bin ich... Hä? Ja, das war jetzt klar. Da bin ich einfach nur nicht hingegangen. Hä? Okay. Was gibt es denn? Fun ist in der Essenspause. Ich weiß es noch nicht. Was gekocht, habe ich mir jetzt erst mal nichts. Ich weiß es noch nicht. Oh. Tada! Aber ich muss halt auf jeden Fall was snacken. Schön, dann haben wir auch das. Oha. Ja, ich lasse mich mal hier fallen. Oha. Und dann scanne ich mal die Gegend. Hä? Aber... Wait, wo ist der letzte Metroid? Oh, nö. Boah. Ich lasse ihn einfach. Ich dachte halt, der wäre irgendwo da oder so, aber irgendwie... Irgendwie nicht. Oh wait, ist das... Ich lasse ihn einfach. Äh? Aber... Nö, 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 nö. Was? Hä? Hä? Achso, warte. Nee, nee, nee. Geht ja nicht. Nee, ich muss hier lang. Okay. Okay. Was? Oh lol, okay. Äh. Okay. Die gehen ja wieder zurück. Okay. Die gehen ja wieder zurück. Ja, eben. Was? Zum Bums? Wie? Wie? Jetzt dauert der viel zu lang. Kann ich so... Nein. What? Was? Wie soll ich denn das machen? Er hat den letzten Metroid gut vor diesem Gekko-Monster versteckt. Aber mal, mal, ich hab doch Hunger. Ich muss ne Pause machen. So, wo wär der denn? Hm, da hinten wahrscheinlich eher nicht. Wo haben wir denn... Wo sind wir noch nicht gewesen? Ich dachte, ich hätte ihn schon auf dem Radar gehabt. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Schwierig. Komisch. Hier ist halt nichts. Da ist ein Raum, der zu ist. Da war nichts. Da waren wir schon. Den haben wir schon. Da hinten ist... Vielleicht was. Oder auch nicht. Da ist ein Teleporter. Hier ist nichts. Da ist ein Teleporter. Da ist nichts. Keine Ahnung. Wir können den auch gleich mal... Einfach mal die anderen einscannen, dann sehen wir schon. Nein. Na ja, einer fehlt halt. Aber wie kommen wir jetzt da hin? Na, so knapp. So knapp. Aber ja, so geht's dann wahrscheinlich. Oh Gott. Oh Gott. Hä, was? Ich dachte halt nicht abbremsen. Aber ja, womöglich. Das zieht gar nicht mal so kacke aus. Ja, der kommt schon. Oh, Laser. Yeah. Geil. Cool. Nice. Ah, ich mag diese kleinen Rätselaufgaben einfach auch, ne? Ab und zu zwischendurch. Voll cool. Ist heute frei. Das klingt doch super nice. Achso. Ah. Achso. Ähm. Gut, dann. Das war das. Ah, das war dann das. Ja, wo ist der? Wissen wir nicht. Müssen wir den letzten doch nach der Pause machen. Aua. Aua. Au. Mann. Ja, ich geh jetzt einfach. Teleportationsmodulationsmodulator verwenden. Ähm. Sehr strange. Da unten. Kein Raum. Bla, blie, bla, blubs. Blubs, die, bubs. Da auch nicht. Da weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nix. Keine Ahnung. Blub. Ja gut. Pass auf. Vor wir hier ewig in der Gegend herum Irren tun täten. Teleportation... ...diere ich mich hier hin. Und geben schon mal die, die ab. Ne? Geh Mampfen. Ja, mach ich jetzt auch. Ich geb die noch kurz ab. Ui. Und dann geht's auch gleich weiter. Und dann schauen wir uns heute mal zu ne vier auch an. Wie viele gibt's acht, oder? Scheiße, Mann. Oder? War das? Zu viele. Aua. Nein. Ach, komm schon. Was ist denn los jetzt? Oh nein. Oh ja, hier können wir uns ein bisschen aufladen. Geh schlafen. Ja. Powernapping, ne? Kann ich nicht. Nein. Hehe. Oh nein. Äh. Loll. Loll. Hey. Mega guter Schuss. Ach scheiße. Hä? Was war das? Yay. Na gut. Hoppla. Was? Was? Gar nicht nervig, die Viecher auch. Ah. Wow. Wuh. Wow. Mann, jetzt hör auf. Hallo. Ach so, deswegen. Okay. Okay, okay. Wie weit ist denn das zurück gerade? Ich muss da. Aua. Nein, 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 nein. Oh Gott, ich hasse euch. Oh Gott, die waren hier jetzt auch noch. Dahin. Dahin. Ups. Oh Gott, dann halt nicht. Gab es da echt keine Abkürzung? Scheinbar nicht. Nee. Blub, blubs. Oh Gott. Nein, 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 nein mag ich gar nicht so sehr so mal sehen schwupps endlich ferien ja noch besser super geil genießt die ferien schon wie ist das 1 fehlt ich bin gespannt wo es ist erzähl es mir ja moin also doch okay ja wir haben es also doch schon gesehen gehabt also doch okay dann waren da so zwei so okay verstehe nice dann wissen wir bescheid dann trotzdem hier noch mal speichern da mache ich jetzt ein kleines päuschen und dann sehen wir uns nach der pause wieder zerstören den letzten metroid ja und dann geht schon in die nächste zone war geil und vielleicht entdecken wir dann auch mal bald ein neues power upgrade werden alles naja erstmal päuschen erstmal was essen ja dann geht es weiter dem sinne genießt die pause geht auch was essen oder so oder erst mal ein schluck wasser trinken und streckt euch keine ahnung geht joggen dann sehen wir uns später wieder bis dann